If you wanna see some crazy and all so lazy, you should meet me and my friends, even though we got no money, we show ourselves funny, yeah everything's better with them, we're just like ooh, 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 we don't worry about tomorrow, we're just ooh, 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 what we wanna do tonight. Wir haben heute Montag, 29. August und jetzt 18.09 Uhr und ich fange der Vlog erst jetzt an, ups, aber ich werde jetzt zuerst die Lebensmittelauspackung vom Einkauf, weil wir wollen nur ein bisschen was einkaufen, selber auch mal hin, so, und dann vielleicht zeugen wir euch mal ganz kurz, was wir Kraft haben, wir wollen immer mit meinem Dad einkaufen, weil zuerst wollen wir nur Omega zu oder Kölle zu, weil wir jetzt Horst wegen die Hasen. Und dann beim Einkaufen haben wir für uns kleine Eisdierkraft, damit ich die habe, ach so, die passen hier so nicht in, und die gleichen halt im Kost, die kleinen, damit ich es für McDonalds habe, wenn wir McDonalds gehen wollen, die tun wir mal da weg, und dann hat er sich auch noch nicht nur mit dem Windbeutel, die sowieso jetzt, glaube ich, am leer werden sollen. Dann haben wir ihr Eier, die brauche ich jetzt nämlich fürs Backen, denn wie ihr im Titel gelesen habt, Backi für meinen Freund, für miche Muffins, das darf heute in Wahrsein aber noch deswegen, ähm, zum Geburtstag, weil er morgen Geburtstag hat. Und natürlich, äh, backe ich die für uns, also essen wir die Barriere, aber nur wir. Aber ja, also dadurch, dass wir heute umschlafen, bin ich jetzt nur hier nur zum Backen und dann irgendwann fahre mal rüber. Und da werde ich dann, werde ich fragen, wie viele, äh, vor allem dann fragen, wie viele wir uns mitnehmen sollen, was halt für morgen reicht. Und, äh, ja, dafür habe ich noch einmal Schottkotröpfchen, ich mache zwar Marmor-Muffins, aber ich kann das trotzdem nach innen eintun. Dann haben wir noch einmal so Kinder-Bingui, aber die billigen, die besser schmecken. Und, dann habe ich noch einmal, also besser gesagt, viermal, äh, Kong Strong Energy Drink. Und, ich mache jetzt von der Home die Sachen mit, aber jetzt zeige ich euch alles noch mal gleich. Ähm, dann haben wir hier vier Backteln Hördnagel-Extra-Wurst und zwei Backteln Ungerische Salami. Und dann haben wir nur einmal von Alpengut Schlagobers. Und hier Vanillezucker, weil ich nicht weiß, ob wir noch da haben und wenn schon, war es auch Wurst, weil es sind ELA-3-Backteln. Und Sahne-Steif. Hier habe ich noch Paradies-Creme mit Schokolade, obwohl da einfach Vanille ist, äh, für das Topping, was ich mache. Formen, die brauche ich auch. Jetzt ist Oli geflogen. Wie noch ein Handmixer, weil er hat da dabei gerade Korn. Deswegen habe ich unseren mitgenommen. Dann habe ich hier nochmal mitgenommen, weil ich den nächsten Abbruch habe, ich dann nur so Backteln. Äh, und auch fertig Backteln und nicht Muffins, aber die mache ich jetzt nicht. Jetzt brauche ich auch noch genau unser Muffinblech. Damit ich da die Formen eintun kann, weil ich tue den nicht da so ein, weil das mag ich absolut nicht. Und ich habe da noch mit mir eine Kugelhoopform und Waffeleisen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 19, 16, 18, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make a mistake I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no no nothing can break me Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no no nothing can break me Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Hier ist mal das Schokotopping fertig Muffins sind auch mal fertig, die hinteren sind ein bisschen schwarz geworden Aber die ist eh eher, die anderen gehen Und schauen wir mal, ob das funktioniert dann mit dem Wenn die ausgehört sind und ihr das draufklatscht, dann nehme ich auch mit Wieder, weil sonst verschwende ich hier Akku Aber es sieht schon mal geil aus und es schmeckt geil, der Schokotopping Ja, bis zum Backen, ne? I'm gonna be myself or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car Nothing can break me, no no nothing can break me Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars Nothing can break me, no no nothing can break me Jetzt sind sie fertig, das sieht zwar nicht wunderschön aus, aber es hat funktioniert Darüber bin ich stolz Zumindest sehen die bisschen besser aus, als wie die da Aber egal Weil hier habe ich noch versucht, den Rest drauf zu klatschen, aber die bleiben eh hier, die essen eh nur wir, deswegen Ja, und da liegt der Gammler da Ja Und jetzt Wo ist jetzt mein Handy? Und dann haben wir es eh schon 19.38 Uhr Und jetzt nur kurz vielleicht chillen und entspannen, dann kann man los Die hier in der Dose sind zum Mitnehmen, das sind vier für uns und zwei für die anderen Die mit bisschen weniger Schokolade kriegen die anderen, das heißt die zwei Ja, der Papa ist nicht so Also vorausgesetzt meine Schwester isst überhaupt an, weil sie Mama macht, wenn es generell nicht so mag Was ich nicht Und mit Schokotopping, was ich nicht Aber ich habe extra statt Vanille Schoko, weil Schokolade geil ist Also ja So Jetzt haben wir es 20.36 Uhr und sitzen jetzt auf der Couch Auf einer anderen Oh mein Gott Genau Ist jetzt Lampen Mein Dad hat sich jetzt seinen Muffin rausgeholt Der von meiner Schwester steht noch drin, falls sie mag Wird jetzt erstmal was trinken und mega duscht Dann geht es bald Abendessen oder halt wir essen dann, Anne Ja Irgendwann Aber wir könnten uns da dabei was einschalten Kannst du ja machen, ne? Wenn du willst Kann man was gucken, außer du willst spielen Mega Wie du willst Du kannst auch Grey's Anatomy weiter gucken Nee Guten Na guten Morgen kann man immer sagen Mahlzeit Jetzt ist Dienstag 30. August Und 12.59 Uhr Jetzt muss ich weiter machen, weil wir noch essen wollen Und dann zu seiner Mom fahren Und mein Freund hatte Geburtstag Und jetzt geben wir ihm zusammen das Geschenk Und zwar für alle, die es interessiert Ich habe ihn in einen Bolz damit mit M rein Und das ist hinten orange Und ja Oh mein Gott ist der Kohl Oh mein Gott Schön, danke Cool, oder? Ein bisschen zu viel Watte, aber ja Nee, der ist fein Der ist fein Oh, der ist voll Das ist genau so eine harte Magie Genau perfekt Ich mag das, ich mag das wirklich Jetzt müssen wir Mittag essen Ja Okay So Ich muss nicht da rein Da ist es ja, ne? Jetzt haben wir es 19.02 Uhr Wir sind jetzt wieder zu Hause Wie man sieht Und Ganz kurz so Ähm Ich mach es jetzt mal kurz so Der sitzt da Und spielt Ich spiel dann Ich spiel dann auch gleich Ich hab jetzt Den restlichen Teig Der nur über war heute Damit ist er noch für zwei Muffins ausgegangen Und Wenn die jetzt immer noch geht Der Rest, was hier drin ist Könnt ihr versuchen Hier nur was rauszudrücken Das sind nur mal Aber mal sehen Ich kann es versuchen Ich werde es versuchen Aber dann mal sehen Ob es funktionieren Ansonsten ist es halt ohne Aber Sollte schon gehen Zumindest ein bisschen Ansonsten ist es ja wurscht Ähm Ja Die sind echt so geil Oh ja Da werde ich mir nur einen gönnen Ich finde auch zu geil geworden Aber ich wusste, dass mein Schwester Kappen hat Aber egal Halb so wild Hä? Du hast ja irgendwie gekocht Ja ähm Halb so wild Demnächst werde ich auch mal einen Kuchen backen Dafür habe ich ja eben die Form mitgenommen Irgendwie haben wir vor den zu färben Oh ja Dass er irgendeine andere Farbe hat Der Gugelhupf Und dafür muss man Lebensmittelfarbe kaufen Und ich werde dann mal Waffeln machen Weil dafür habe ich ja das Waffleisen mitgenommen Also demnächst Also in nächster Zeit hin und wird hier sehr Oft mal Die Backstube sein Aber Oh ja Ja Beim nächsten Mal wenn ich Muffins mache Und ich habe wieder so viel Teig Dann werde ich einfach nach dem Blech noch eins machen So viel wie es da ausgeht Weil es ist ja wurscht Und ich muss ja nicht mal Creme dazu machen Oh man wird es nochmal natürlich Weil ich da noch ein paar kleine habe Und das muss natürlich alle erwähnen Das zeigt Das ist klar Aber ja Weil man braucht von flüssigen Schlag Obers 100 Milliliter Und da ist ein 330 Drei Glaube Ja Deswegen Ja So Ich muss meinen Akku aufladen Good morning Wir haben schon wieder den nächsten Tag Ach da habe ich meinen Handy Ja genau Weil ich eigentlich aufs Klo gehen würde Äh Wir haben jetzt Mittwoch 31. August Und jetzt 8.28 Uhr Jetzt fahren wir noch mal so halb neun Und Eigentlich Also Äh Es war glaube ich Eine schlechte Idee Im Regen weiter zu arbeiten Am Wochenende war Nämlich Überziehung Also von wem Sage ich jetzt nicht Ist ganz egal Und da haben wir halt Geholfen Aber Da hat es dann Schiffen Angefallen Auf Nacht Da hat es Und äh Ich glaube das war halt nicht so Die beste Idee bei mir Weil jetzt habe ich wieder ein bisschen So Halsbär und so Oder was heißt Halsbär Einfach Schnupfig Naja Jedenfalls Kurz zu dem Da hat leider nichts mehr funktioniert Aus dem Reststeig Ähm Denn Die sind voll aufgeplatzt Und alles ist überall Ja Die werden wir wahrscheinlich wegschmeißen Und Eingrollt Ich darf das noch sagen Hier ist mein Frühstück Also Irgendwie ist das schief So Brot und Energy Und Dann machen wir noch auf den Weg Um viertel nach neun Kampfer machen wir einen Bus Denn Ich treffe mich jetzt mit Besitzerin von Rosi und Sandus Weil sie mich gefragt hat Ob ich mit ihr spazieren gehen will Ja Dann kann ich sie wegen Wochenende fragen Ob das Geht Oder passt Oder nicht da Wegen Samstag Aber sehen wir eh Jetzt gönne ich mir das Und Ja Werd hier kurz halt vertrödeln Werd hier kurz halt vertrödeln Damit die halt Alles pünktlich schaffen Ja So Wir haben schon wieder Montag Und schon wieder Ein anderes Datum Und zwar Am 5.09. schon Ähm Jetzt haben wir schon wieder September Das Brutal Jetzt gerade 5 Uhr Also 17 Uhr Und Ja Ich bin schon mal spät dran Aber egal Ich werde jetzt den Stock für euch lassen Und hoffe dass euch gefallen hat Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bye